Ich habe nur eine kleine Bitte. Sie haben ja alle so Brillen bekommen und ich würde Sie bitten während des ersten Teils, also während der ersten 20 Minuten, diese Brillen aufzusetzen. Sie können auch unter den Brillen die Augen wieder öffnen, weil Sie werden sehr helles Licht erfahren und es ist vollkommen klar, wenn der erste Teil aus ist, dann wird es ganz still und Sie hören ein paar Pizzicati und das wäre dann der Moment, wo Sie vielleicht die Brillen wieder abnehmen könnten. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Amen. 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 Amen.